Es ist so tatsächlich konzertant und man kann damit tatsächlich Stimmung erzeugen, wo man denken könnte, ich bin gerade im All. Und ich möchte gerne, dass ihr euch vorstellt, wir sind nicht im All, sondern wir sind in der Natur, am Wasser. Und damit fangen wir an. Und danach spielen wir Palogo und Kuckoo, zwei afrokanische Rhythmen, mit unterschiedlichen Stimmen, das werdet ihr ja jetzt mitbekommen. Und ich möchte ganz gerne anfangen und der zweite wird der Georg sein und die dritte wird die Sabine sein. Und dann ist das so, dann stellt euch das vor wie ein Klangteppich. Tatsächlich ein Faden wird gesponnen, ich bin der erste Faden. Georg ist der zweite Faden, Sabine ist der dritte Faden und dann kommt der vierte Faden und ihr habt ja alle Ohren. Okay, verstanden was ich meine? Klangteppich machen wir. Okay, ich fang an, ich fang an.